Nummer 12, Cecilia. 2020 geborene Stute von Coopgold, Kolensky G. Waldstar. Cecilia ist eine im Rheinland gezogene Springstute mit Baskül und Vermögen am Sprung. Auch ihr Mutterstamm mit Consta von Contendro, International 160 erfolgreich mit Arturo Parada Velejo und Ritzenhoffs Winchester von Waldstar, International 150 erfolgreich, unterstreichen ihr außergewöhnliches Springtalent. Nummer 12, Cecilia. Amerborn 2020, she is by Coopgold, Kolensky, Waldstar. Cecilia is a high-interesting Rheinisch Showjumper. Out of her damn line? The successful Consta by Contendro, International 1,60m successful with Arturo Parada Velejo.